Musik Der Kobalko-Stand ist super groß. Wir haben uns gerade die Stadt angeguckt und wir finden ihn recht interessant. Ich meine, die Maschinen an sich habe ich jetzt noch nicht gesehen, Kobalko. Aber man sieht ja, man hat ja viele Möglichkeiten, mit dem Bagger zu arbeiten. Gala-Bau ist die beste, die man kann. Ich weiß Kobalko als eine Brand, also ich war interessiert. Und ich wurde zuerst von der Fan-Shop getroffen. Also habe ich versucht, etwas für meine Kinder zu finden. Vielen Dank für uns in Gala-Bau. See you at Samota! Musik 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 Musik